Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Paladins, hier auf meinen Kanal, auf Glück oder können, wenn es will, Versuch Nummer 3, Entschuldigung, Aufnahmeversuch Nummer 3, Versuch Nummer 1 war eigentlich gut, wäre fertig gewesen, aber OPS hat sich mal wieder pausieren lassen, stoppen lassen, das ist jetzt das zweite Mal. Versuch Nummer 2 war dann mitten in der ersten Runde, obwohl mein Controller an war, ging nichts mehr, was auch sehr lustig ist und das ist jetzt Versuch Nummer 3, oh noch eine Kinesa, sehr schön und wir haben ein neues Outfit von Kinesa, ich glaube ich habe es über Prime Gaming bekommen, ich bin mir nicht sicher, werde es aber genau jetzt einblenden, genau jetzt, 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 ja. Weil jetzt haben wir Zeit dazu, oh no 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 no. Hä, wie der kann das blocken? Hä? Der kann magisch meine Schüsse blocken, oh du Arschweil. Oh, 2200 Schaden und der lebt noch. Ah, der nicht mehr. Ich habe aus der Runde 2 gelernt von Kia Nester. Ich habe ein bisschen gelernt. Jetzt kann ich auch ein bisschen snipen mit dem Messer. Nein! Ah, du Kleiner möchte gerne, ey. Warum das weiß ich nicht. Oh, tausender Schaden, tausender Schaden. Nice. Oh, langsam kann ich snipen, ey. Ich bin das, was ich hasse. Ein kleiner Sneaper, ey. Nein! 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 Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Boah, ey. Man sieht aber, dass die Personen auch nicht gerade treffen dabei so. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Der Schuss hört sich einfach lauter und härter an. Wer ist der bessere Sniper? Ich. Das war nochmal das hier. Oh. Äh. Ich habe keine Ahnung, hier ist keiner mehr. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Der Schuss hört sich einfach lauter und härter an. Hehehehe. Ich bin so ein kleiner Pieps. Oh nein, nein. Der nicht schon wieder. Geh weg hier. Nein, nein. Lass das das beam beam. Nicht sterben. Boah, nö. Oh nein, 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 nein. Wo bin ich? Wo bin ich? Hilfe. Huchduhu. Ist das Mord oder Nord-Serie? Ah, der ist zu schnell. Der ist zu schnell. Da kann ich nicht snipen. Der ist schnell als ich. Okay, cool. Bis jetzt ist die Aufnahme noch da. Der Controller funktioniert auch noch. Double Kill. Aufnahme Nummer 3. Wie heißt das? Alle guten Dinge sind wichtig. Drei. Haha, was war das denn, Alter? Oh, sorry. Ich freue mich, ein Sniper zu sein. Komm schon, zeig dich. Hehehehe. Die Nässe. Oh, ich liebe den. Ich liebe den Charakter. Im Nahkampf so eine Art der MP und in der Ferne eine Sniper. Nein, nein, nein. Nein. Ah, das ist die Rache, oder was? Ja, scheiß um Rache. Mord-Serie steht da, okay. Boah, wir haben Runde 1 gewonnen. Oh, ey, ich hoffe, das funktioniert. Bis gleich. So, und Runde Nummer 2. Und drück die Daumen, dass das geklappt hat. Weil die Runde mit Kinest, da war ja gerade der Hammer. Jetzt sind wir. Hi. Oder Pip. Halb im IE, ne, geschrieben. Halb Pip. Pip Pip. Wow, 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 wow. Aua, das war zu schnell. Da konnte ich ja gar nicht reagieren. Was habe ich da getan? Okay, wir können healen. Und... Problem ist, dass die Waffe, gegensatz zu Kinestas, sehr langsam ist. Kinestas war so eine Art MP. Und das war natürlich noch ein bisschen geeigneter für mich. Weil ihr wisst, ich brauche MPs oder Sturmgewehre. Nein. Nein. What? Ah, der Charakter schon wieder. Der ist mir in der Runde davor auf die Eingangszeit schon Bord. Also, den hatte ich auch als Gegner, ja. Nein. 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 Oh nein, 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 nein. Oh, Mann, dein Schutzschild, dein Schutzschild. Dieser blöde Bot, alter. Gut, ich nehme den Charakter hier selber, wenn... Ich mag den Charakter hier auch. Ja, wir haben einen gekillt. Jo, wir haben einen gekillt. Ich freue mich so sehr. Hat die... Ja, sie hat ihn. Mein Team ist gut. Was kriege ich denn da hin drauf? Ähm, ja. Ich bin sorry, dass ich gerade so ruhig bin, aber... Genau. Schießt auf den kleinen Heiler, ja. Natürlich. Fiest auf diesen Bruder von Rocket. Ähm, ja. Ich bin irgendwie tot. Ah, gut gemacht. Danke. Nein, nein. Kommt noch nicht zu mir. Ich hab Party. Nein. Ich hab keine... Muni mehr. Man. Shut up. Warum? Das war doch schön. Das war für eben. Oh, sorry. Das musste sein. Ich hab einen. Wo bist du? Bleib hier. Äh, wie? Der ist schon wieder normal. Ich hab einen. Wo bist du? Ich komm nicht in der... Nein. Ich komm nicht in der... Ey, schwere Losigkeit. Wo bist du? Äh, wieso ging das nicht? Panikattacke. Entschuldigung, das war nicht nett. Alter, ey. Yo, das Geräusch war cool. Ja. Oh, danke. Danke, Kumpel. Warte, hab ich noch? Hab ich noch? Nein. Boah, ich wollte gerade mein Teammitglied heilen, du Arsch. Ich bin gerade ein bisschen akkro. Ja, na bist du. Ja, wie gesagt. Dritte Aufnahmenversuch. Ich hab immer noch gemischte Gefühle. Ich hoffe, dass es klappt. Weil Runde 1 mit Finessa war ja richtig cool. Nein, nicht auf einem Pipe. Oder du Healer. Und nicht mal der Dealer. Mann. Ja, ich versuche ein bisschen Begleitfeuer zu geben, weil ich seh noch keinen. Ich bleib ein bisschen bei den Großen. Der macht theoretisch viel Schaden, wenn ich ein bisschen pebble. Auf pebble. Nein, nein, überhaupt auf mich. Ich mach doch nix. Ähm, hallo? Hä? Auf wem hab ich denn gerade geschossen? Nein, nein, Kersti, geh weg. Äh, ob ich, nein. Ah! Danke fürs Zusehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit draußen. Peace!